So, dann unser neuer Auftrag ist Befreie Inc. Lagerraum. Der Dampf wird mich zum Kochen bringen. Ich muss ihn irgendwie abstellen. Aber denk doch mal, nur wenn dir das Fleisch von den Knochen schmilzt, bist du erst Poren tief rein. Was haben wir da? Kein Öl. Wie kann ich sie zum Leuchten bringen? Wo ist mein Öl? Okay. Mann. Eins von elf? Haben wir nicht mehr? Brücke. Gehen wir jetzt mal zum Lagerraum. Irgendwie macht das Spiel gerade Terz. Hier ist bestimmt irgendwo ein Lichtschalter, aber es ist zu dunkel. Was für eine Ironie. Hast du keine Taschenlampe? Ne. Dann geh doch halt direkt zur Brücke. Hahaha. Barbara ist mit diesem schrecklichen Gerät beschäftigt. Gut, so wird er mich nicht sehen. Warum? Warum muss das in einem Vulkan sein? Was ist das? Ach, wie süß. Ein Pascal. Leuchtpilze, sie sind steinhart. Dann prügeln sie doch mit Pascal raus. Schade. Hoffentlich frisst unser lieber Freund den Pascal nicht. Da haben wir... Da haben wir... Was sind das? Festplatten? Golem-Teil. Und ein Spachtel. Okay. Piu. Zwei von elf. Barbara hat sich von der anderen Seite geschlossen. Dieser böse, böse Bub. Haben wir sonst hier noch irgendwas? Ich sehe jetzt auf Anhieb nix. Nö. Lagerraum. Das war das. Wir haben aber kein Öl. Da kommt sie nicht hin. Und hier ist sie zu blöd, was zu sehen. Such mal einen Lichtschalter, Pascal. Was für eine Ironie. Kannst du dich nicht lang... Schatzi, such mal einen Lichtschalter. Was für eine Ironie hier. Können wir eigentlich nochmal zurück? Nee. Zurück dürfen wir nicht mehr. Wir dürfen nicht zurück, Mann. Zur Brücke. Was haben wir denn noch? Warte mal. Erstmal alles abchecken. Hier war die Brücke. Da ist aber auch nur noch das. Ach, warte mal. Mit dem Spachtel vielleicht. Leuchtpilz. Ah, aha. Warte mal. Das ist zwar ziemlich blöde, aber... Warum können wir nicht mit dem Leuch... Können wir das da draufstecken? Schade. Kannst du das dem auch... Kannst du es ihm auf den Rücken binden? Ich dachte jetzt, wenn wir die Leuchtpilze haben, können wir uns irgendwie... Das scheint hier nicht zu passen. Das scheint hier nicht... Och. Mann. Da hat man schon so gute Ideen und es funktioniert nichts. Kannst du das da reinstecken? Tatsache. Cool. Dann machen wir es halt so. Ich frage mich zwar, wie sie da dran gekommen ist mit ihren... Weil die kriegt ja sonst nichts hin. Aber hey. Ich hinterfrage es nicht. Uh. Wie cool. Wo ist der Lichtschalter? Wie sieht der Lichtschalter denn hier aus? Drehe die Scheiben, um alle Lampen oben aufleuchten zu lassen. Yay. Okay. Okay, warte mal. Dann wäre nicht so, so. Das Ding ist, ich glaube... Nee. Ich muss das irgendwie... Warte mal, hier, so. So. Nee. Hä? Achso. Mist. Das muss ich hier hochleiten. Ja, das Problem ist, ich brauche aber auch die obere. Fangen wir erstmal hier an. Das geht nach da. Das geht nach da. Das hoffen wir mal, den Stromkreislauf so zu machen. Haben wir nur einen? Mist. Wir haben, glaube ich, nur einen Stromkreislauf, ne? Ja, Mist aber auch. Warte mal, was ist denn, wenn ich das... ...so rumschicke? Haben wir die zwei. Wir müssen irgendwie... Wir müssen irgendwie... ...dass hier... ...nach da... ...nach da... ...nach... ...nach... ...ja, ja. Nach da... ...und dann... ...hier nach oben. Perfekt. Und jetzt nur noch den. Nur noch ist gut, ich weiß. Der ist ein bisschen trickiger. Warum kann ich das denn nicht hier durchschicken? Ah, doch. Kann ich doch. Öh. Was? Warum geht... Wie soll ich das denn machen? Hä? Hä? Warte mal. Wie kann ich das denn sonst noch... ...da müsste ich ja eigentlich irgendwie so... ...und sich... ...warte mal. Äh, was mach ich denn? Dass ich das irgendwie... ...und sich das irgendwie hier rüber leiten. Das geht aber nicht. Das geht nicht. Warte mal. Wenn ich das hier rüber leite... ...das hier lasse... ...und das dann oben lang leite. Warte mal. Wenn ich das jetzt da oben lang leite... ...so, so, so... ...so, so... ...hab ich das frei. Und wenn ich das jetzt... ...ne. Ne. Das Problem ist, ich kriege hier... ...die... ...ich kriege mal eine nicht ganz. Ich glaube nicht, dass ich... ...ich glaube nicht, dass ich... ...das geht so nicht ganz. Ähm... ...ähm... ...jetzt haben wir das alles geschlossen. Jetzt haben wir das alles geschlossen. Das Problem sind hier die... ...ähm... ...die... ...ähm... ...geraden Sachen. Die sind ein echtes Problem. Weil so hätte ich ja das. Aber... ...was Problem ist... ...das da. Das heißt, ich müsste das... ...irgendwie darüber leiten... ...und dann funktioniert das nicht. ...und dann funktioniert da oben nicht. Dann geht es da oben nicht mehr. Hä? Jetzt habe ich es oben? Jetzt habe ich es nur... ...ääh, jetzt habe ich es gar nicht. Irgendwo. Hä? Ich hätte hier gern... ...ich hätte die gern ausgetauscht. Boah, ey, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade total ratlos. ...ääh, ähm... ...ja, jetzt habe ich aber wieder... ...das Problem hiermit. Dass ich hier absolut... ...keine Ahnung habe, wie ich es machen soll. Und ich hier irgendwie umleiten muss. Dann habe ich aber hier das Problem. ...müsste ich hier umleiten. Okay. Ach so. Und halt hier wieder das Problem. Oh, Leute. Äh, ich überspringe. Sorry, ich, äh... ...ich bin da... ...ich habe gerade keine Ahnung. Ich... ...ich könnte hier noch fünf Stunden sitzen. Sorry. Bitte was? Da habe ich gerade gar nicht schnell genug schalten können, um zu gucken, was da jetzt... ...egal. Das... ...das wurmt mich jetzt. Das wurmt mich jetzt total. Was haben wir denn da? Das klemmt. Ich muss mehr Kraft anwenden. Presslufthammer. Echse. Ah, nur. Okay, okay. Ja, ja. Ich höre ja schon auf. Verschlossen. Wenn mir das gelingt, das Magnetschloss mit einer Stahlkugel zu überlisten, kann ich es aufbrechen. Ich habe aber keine Stahlkugel. Hier werden die Roboter zusammengesetzt. Ei, Robot. Was ist das? Nix. All die Körperteile. Mir wird ganz mulmig. Warte mal. Konnten wir da... ...Gegenstände mitnehmen? Nö. Nix. Was haben wir hier? Ach ja, hier fehlen uns noch... Ja, zwei von elf haben wir hier. Hier brauchen wir noch was. Hier werden die Roboter zusammengesetzt. Da fehlt uns Kraft. Da fehlt uns Kraft. Was steht daneben? Keine Ahnung. Ich zerreiße sie nur, wenn ich zu fest ziehe. Ich sollte lieber die Haken lösen. Kannst du das machen? Yeah. Du hast etwas Nützliches gefunden. Eine Flagge und einen Käfer. Was ist das? Nix. Was machen wir denn mit der Flagge? Flagge zeigen? Hahaha. Ach, schau mal an. Da ist noch was. Ist das ein Fisch? Ein mechanischer Fisch? Der könnte wichtig sein, aber... Wie? Haltet euch fest. Fische ich ihn heraus? Ah. Mit dem Presslufthamm. Mit der Echse. Äh, mit den Zeichnungen. Mit der Flagge. Mit ihm. Ja, egal. Das ist nicht gerade tief. Warum kann sie nicht da durchgreifen? Diese Frau. Also manchmal... Wie schaffst du es nur deinen BH selbst zuzumachen? Können wir hier noch was machen? Können wir ihm die Echse an den Kopf werfen? Können wir ihn schicken? Ihn vollkacken? Können wir ihm eine weiße Fahne zeigen? Schade. Wir können im Moment nur in den Lagerraum. Ich muss ihn irgendwie abstellen. Wir müssen wahrscheinlich da, in da abstellen. Die Frage ist, wo kriegen wir so eine Kugel her? Da brauchen wir Kraft. Und sie will nicht den Presslufthammer benutzen und ihn irgendwie damit aufhebeln. Hier haben wir aber auch nichts. Hier ist sonst hier noch irgendwas? Der Stalagmied bricht bald ab. Yeah! Gewalt! Können wir damit das Ding aufhebeln? Yeah! Was hat das gebracht? Ach, warte mal. Hat das... Ja, das hat das gebracht. Ja! Ich bin's! Ich möchte nochmal anmerken. Wie groß ist denn diese Patsche-Hand? Baba kontrolliert dieses Ding mit seiner... Ach, so mechanischen Hand. Guck mal. Naja.